Ich hoffe, mir ist keiner gefolgt. Mein Gott, draußen ist die Hölle los. Ja, aber wen soll's verwundern? Bald Halloween, ne? Ja, somit tease ich euch ein bisschen mal was. Denn wir haben wieder ein Halloween-Special für euch vorbereitet, was verdammt gruselig ist. Und an einigen Ecken hoch. Das ist ja bekloppt. Na gut. Ich werd jetzt weiter auf Essenjagd gehen. Auf geht's.